In Berlin am Morgen meistens ein Sandwich mit Käse, Salat drauf und Ei oder halt auch ein schönes Müsli und ich trinke gerne Smoothies am Morgen. Zum Morgen, also grundsätzlich zum Morgen gar nichts. Auch nicht wirklich viel, eben der Handwerker geht ins Nini und zum Morgen nimmt einem nicht viel zu sehr viel. Für Mexiko-Eis, they have donuts, conchas, it's different indeed. Zum Morgen is sie nichts, reichens. Most of Korean people eat rice at breakfast and on the soup. Nicht. In Holland we always eat for breakfast hafelslach and strobwafels. Do you know what it is? Meistens, also meistens ist sie nicht. Wenn ich etwas isst, dann meistens frott. Salzig, so Reis und Miso für mich ist perfekt. Und mit Gemüse, wenn ich grünes Gemüse, am Morgen esse ich nicht. Ja, Schnitte und Kaffee. Im Brasil, we eat milk, eggs and bread the breakfast. Ich bin's. Erstens. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's.